Dies ist der Kurzfilm über den Ahorn. Ahornarten wachsen als meist sommergrüne oder seltener immergrüne Bäume oder Sträucher. Die Rinde ist glatt und graubraun. Das Ahornblatt ist meist handförmig und das Laub des Ahorns besitzt eine intensive Herbstfärbung. Die Blattanortung ist wechselständig. Es werden Spaltfrüchte gebildet, die als zwei geflügelte Nussfrüchte abfallen. Der Ahornbaum kann eine Wuchshöhe von 36 Metern erreichen. Dies war der Kurzfilm über den Ahorn.